Alles, was ich an dir hab. So, guck mal hier, schön, Pflegebereifung. Hier wird nix kaputt gefahren, Junge. Oh, muss das sein. Oh, der Korntank ist auch voll. Jetzt wird's Stress. Oh, Freunde. Roggenroll. Roggenroll, der ist gut. So, mein Freund. Haben wir hier nochmal schön. Jünger Ufe Kartoffelnruf. Well, Hilfe. So, äh, ich brauche... Ach, guck mal, so schlecht sieht das doch gar nicht aus hier. Nach dem anfänglichen Chaos? Mal gucken, was wir draus machen, ne? Oh, meine. Ich sag euch eins, Pflegebereifung? Kann ich nur empfehlen. So. So, der Mähdrescher ist verschütt gegangen. Wo ist er? Er steht da oben und hat einen vollen Karrentank. Ah, das ist Mist. Ja, das ist Mist, mein Freund. Warte, ich bin gleich bei dir. Ne, er ist unterwegs. Heißt aber, dass er gleich Fülle ist. Und was ist das da für eine Hütte? Gehört die auch mir? Muss ja. So. So, das reicht dann hier erstmal. Helfer wird durch ein Objekt blockiert. Wer blockiert meinen Helfer? Warte, ich bin sofort bei dir, mein Freund. So, warte. Sorry, du musst mal kurz hier stehen bleiben. Wer blockiert dich? Diese Zellfahrt auch noch drin. Ja. So. Es tut mir leid. Aber. Ich muss mir da später was einfallen lassen. Wie kriege ich das Ding da raus? Warte, ich bin całe. Das kommt davon. Das kommt davon. Das kommt davon. Ich kriege den da nicht raus. Das kommt davon. 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 Also die Karat Power. Und auch nicht. Das Chaos ist perfekt. Ich bin gleich da, Freunde. So. Wir haben es gleich. Ich habe gerade schon wieder Spaß hier. Ist doch schön. So. Chaos, Freunde. Ich bin gleich da. 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 Alles gut. Ich komm noch mal ran. So Freunde. Der kippt hier nicht um. Das sieht mir jetzt echt zu doof. Ich muss weg. So. 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 Guck mal, ja, du Kleiner. Ich weiß nicht, warum ich die Ladefläche voll habe. Oh. Habe mal offen hier. Dieser Motor. Wieso kann ich den nicht weiter rauszoomen? Alter. So, das absolute Chaos. Aber ist dann halt so. Und der Helfer macht sich einen schönen gemütlichen da. Achso, ja. Oh, Licht. Ist das schon Abend? Nein, fahren nicht übers Feld. Alter, jetzt hast du Frucht kaputt gemacht. Boah, der schafft die Steigung nicht. Alter. Da kommt er über den Hügel so. Ich komme. Ich bin gleich da. Kollege. Einfach rollen lassen. So, Kollege. Bist du noch da? Der hat Feierabend gemacht. Die Sau. Dich. Also, der ist noch so. Dich. Aber die. Aber die ist designation. Dann haben wir es. Dich. 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 Komm, lad ab. Mann, 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 Mann. Was kostet Mais? Was gibt es im Moment eigentlich für Mais? Oh, das ist okay. Bahnstation Mühle. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Also der Motor von diesem Fahrzeug, den kannst du nicht den ganzen Tag am Kopf haben Und die Lenkung genauso wenig So, jetzt ist meine Frage Kann ich in meinem Silo Mais lagern? Bevor ich das nämlich jetzt in großflächig verkaufen fahre Alter, was war denn das für eine Lenkung? Zieh den doch erstmal gerade Alter, wie er kämpft Okay, ich kann den Mais hier lagern Alles klar Und jetzt sehe ich wahrscheinlich Hier, was in meinem Silo ist Silos im Besitz Gesamtkapazität Alles klar 5.596 8.16 Auch nur 4.000 Ja gut, Freunde Also Im Moment würde ich erstmal sagen Die Arbeit ist folgendermaßen Motor aus Ordnung auf dem Hof machen Ist das Saatgut? Saatgut, ne? Oh, nein Oh, nein So, jüd Äh, äh, ja Kurzes Boyskin Ähm Ich beseitige mal das Chaos hier Wie sieht es überhaupt aus hier? Der wird geerntet Der ist auch noch im Wachstum Alles gut Alles vorbereitet Alles läuft Dann würde ich sagen Wir sehen uns, wenn es hier weiter geht Beim LS Vielleicht sind die Felder dann schon abgeerntet Vielleicht auch nicht Man weiß es nicht Also Bis dahin